Josef Pieper, noch nicht aller Tage Abend, 1945 bis 1964, autobiografische Aufzeichnungen. Erstens Arbeitsbeginn in der Stunde Null. Habilitation, ein hürdenreiches Unternehmen, Dichterabende in Essen, stürmische Lernbereitschaft der Studenten, Plackerei für die Notdurft. Der Militärlastwagen, der mich Anfang Juli 1945 aus meiner seltsamen Kriegsgefangenschaft nach Münster brachte, hielt vor einer Kaserne am Stadtrande und setzte mich ab. Nach Hause war der Weg zwar nicht mehr weit, doch zwang mich der schwere Manuskriptenkoffer, mir Zeit zu lassen. Und so bekam ich die verwüstete Stadt sogleich gründlich zu Gesicht. Wie ich später erfuhr, waren von zehn Häusern acht völlig zerstört, unter den alten Kirchen keine einzige unversehrt. An die 1600 Tote. Von den Verletzten und Verstümmelten war gar nicht erst die Rede. Unser Haus, nach dieser Trümmerwanderung kaum zu glauben, stand rundum unbeschädigt da. Am Gartentor, neben der Hängelerche, überraschte mich, deutlich mit Tusche gemalt und mit einer Zellophanfolie geschützt, die Mitteilung Property of a British Subject. Meine Frau hatte sich diesen Abwehrzauber ausgedacht. Leider sollte er sich nicht als sehr wirksam erweisen. Unser Jüngster, inzwischen dreieinviertel Jahre alt, spielte draußen im Sandkasten und sah mich als Erster. Sein Gesicht wurde knallrot, zuerst brachte er kein Wort hervor, doch dann wurden die aufgestauten Neuigkeiten lautstark hinausposaunt. Die wichtigste zuerst, er mache nun das Bächlein genauso wie der Thomas. Das Haus begann bereits wieder wohnlich zu werden. In einigen Fenstern waren schon Glasscheiben und gerade eben hatte sich ein Mann bereitgefunden, aus dem ländlichen Unterschlupf einige Möbelstücke und vor allem die ausquartierten Bücher auf seinem Pferdewagen heranzutransportieren. Gegen entsprechende Mengen Zigaretten natürlich und ein paar Flaschen Schnaps. Bei der Provinzialverwaltung traf ich den Senior im Alten Amt. Bald sollte er zum Staatsminister aufsteigen. Fast wie zu Beginn, zweieinhalb Jahre zuvor, wies er mir wiederum zwei leere Zimmer als Arbeitsräume zu. Diesmal allerdings fehlten auch die Fenster, sogar die hölzernen Rahmen hatten sich durch den Luftdruck der Explosionen aus der Verklammerung gelöst. Auf dem Fußboden kleine Wasserlachen und Häuflein von Schutt, immerhin bereits zusammengefegt. Auch meine Sekretärin, inzwischen Kriegerwitwe, fand sich ein. Wieder suchten wir uns aus den im Keller gestapelten, halbwegs brauchbar gebliebenen Tischen und Stühlen das Nötigste zusammen. Vor allem wurde uns eine Schreibmaschine bewilligt. Und so gingen wir daran, die ersten Eignungsuntersuchungen nach dem Kriege zu organisieren. Bei kühlem Wetter trug ich unter dem unentbehrlichen weißen Kittel den Mantel. In meinem Sperrholzkoffer war auch ein Manuskriptexemplar von »Wahrheit der Dinge« mit nach Hause gelangt. Das holte ich nun hervor und zog damit, wenige Tage nach der Heimkehr, zu dem Philosophen Gerhard Krüger, um die Habilitation in Gang zu bringen. Auch ihn hatte man noch als Dolmetscher zu den Soldaten geholt. Und er war gleichfalls eben erst zurückgekehrt aus Frankreich. Auf meinen Habilitationswunsch, den er ja seit Jahren kannte, reagierte er zwar freundlich, aber auch einigermaßen offiziell. Ich war überrascht und auch etwas enttäuscht. Wahrscheinlich fand Krüger, ich nehme die Sache allzu selbstverständlich, als handele es sich bloß noch um eine rasch zu erledigende Formalität. Jedenfalls wurde ich dahin belehrt, dass zunächst einmal er, als vermutlicher Referent, die Habilitationsschrift lesen und sie dann mitsamt seinem Gutachten, der sich gerade erst wieder konstituierenden Fakultät vorlegen müsse. Und wenn ich etwa erwartet hatte, was mir tatsächlich schon ein bisschen durch den Kopf gegangen war, man werde mir möglicherweise, da doch inzwischen schon einige Opuskula von mir an den Tag gebracht waren, die eine oder andere der sonst üblichen Hürden ersparen, so wurde auch hierüber, ohne ein ausdrückliches Wort, sogleich Klarheit geschaffen. Ich machte mich also, wohl oder übel, auf eine ziemlich langwierige Prozedur gefasst. Doch dann ging es, fürs Erste jedenfalls, unerwartet rasch. Auch der Bischof von Galen wollte mich, so hatte meine Frau Leuten hören, an die Universität holen. Aber auf welche Weise sollte das geschehen? Ich war recht skeptisch, ging aber, mit Maßen neugierig, in das mir wohlbekannte, fast unzerstört gebliebene Theologenkonvikt am Domplatz, worin der Bischof nun sein provisorisches Quartier bezogen hatte. Und natürlich war dann von der Universität überhaupt nicht die Rede. Stattdessen begann zu meiner Überraschung das Gespräch ziemlich unvermittelt mit einer Erinnerung an die sozialpolitische Diskussion über Quadragesimo anno, die wir doch früher einmal miteinander geführt hätten. Das lag nun mehr als ein Dutzend Jahre zurück, und all die Zeit über hatte der Bischof diesen Punkt mit keiner Silbe erwähnt. Aber nun war ihm das Thema plötzlich wichtig geworden, und er holte eine Niederschrift von ein paar Seiten hervor, die ich einmal mitnehmen und kritisch begutachten möge. Es sei so eine Art von sozialem Manifest. In unserem Gespräch kam natürlich die Rede, auch auf die Zeit läuft im Allgemeinen. Mit dem Besatzungsregime war der Bischof höchst unzufrieden. Er sprach davon wie jemand, der sich getäuscht sieht. Wenn die angelsächsische Presse geglaubt hatte, ihn als prominenten Gegner der Nationalsozialisten sogleich als Verbündeten vereinnahmen zu können, so erwies sich das bald als ein krasser Irrtum. Schon Anfang April hatte er, zur Korrektur einer Reutermeldung, in einer amtlichen Erklärung gesagt, Er fühle und leide mit dem deutschen Volk, er lehne es ab, sich vor Kriegsende zu politischen Fragen öffentlich zu äußern und wünsche dringend, in England und Amerika weder in der Presse noch im Rundfunk genannt zu werden. Das Fraternisierungsverbot und die beabsichtigten Demontagen im Ruhrgebiet, das ja teilweise zu seinem Bistum gehörte, erregten ihn sehr. Dem Vertreter von Montgomery, der mich besuchte, habe ich ins Gesicht gesagt, wenn ihr so weitermacht, dann werden die Deutschen sich einen neuen Hitler wählen, und zwar auf die demokratischste Weise von der Welt. Der Bischof war in der Tat dabei, den neuen Herren fast so unbequem zu werden, wie er es dem NS-Regime gewesen war. Und es wäre wohl bald zu einem offenen Skandal gekommen, hätte nicht der plötzliche Tod des streitbaren Mannes all dem ein Ende gesetzt. Ich selbst habe übrigens nach jenem Gespräch, den Bischof Galen erst am 16. März 1946 wiedergesehen, als er vom Volke auf bewegende Weise gefeiert von Rom zurückkehrte im Gewand des Kardinals. Fröstelnd stand auch ich unter den Tausenden auf dem Domplatz. Zum ersten Male hatte man, um überhaupt einen Weg durch die Stadt zu bahnen, eine größere Aktion zur Beseitigung der Trümmer unternommen. Vor dem Westwerk des Domes war, unter dem großen, aus halb verkohlten Gewölbebalken errichteten Kreuz, durch Bulldozer der Schutt zu einer Art Podium zusammengeschoben worden, auf dem nun die Spitzen der Militärregierung, gleichfalls frierend und offenkundig wenig begeistert, den sich reichlich verspätenden Kardinal erwarteten. Mit gequält dröhnender Stimme dankte der bereits Todkranke für den großartigen Empfang. Gut eine Woche danach sollte er, hundert Schritt vom Ort dieser Ehrung, zu Grabe getragen werden. In seiner Kathedralkirche zwar, aber dennoch unter freiem Himmel. Gerhard Krüge brauchte nur wenige Tage, bis er mir schrieb, er werde mich der Fakultät zur Habilitation vorschlagen. Und noch bevor die Vorlesungen des Wintersemesters 1945-46 begannen, des ersten, noch etwas irregulären Semesters nach dem Kriege, kam vom Dekan die Aufforderung, drei Themenvorschläge für das Kolloquium vor der Fakultät einzureichen. Es war erst genau ein Vierteljahr vergangen, seit meiner Entlassung aus dem Lazarett. Mit einigem Missbehagen absolvierte ich auf den ausdrücklichen Rat des Dekans, da ich schließlich der erste Habilitant der Neuen Ära sei, einen Besuch beim Rektor der Universität. In dieses Amt hatte man den Prälaten Georg Schreiber gewählt, einen ehedem einflussreichen Kulturpolitiker der Zentrumspartei. Schon zur Zeit meiner Promotion hatte ich seinen Versuchen, mich zu protegieren, beharrlich widerstanden und so erwartete ich jetzt keinen besonders freundlichen Empfang. Doch nahm der Prälat zugleich lebhaft interessiert meine Habilitation als taktische Aufgabe, wie er sagte, und sprach sogar von einem nun zu entwerfenden Schlachtenplan. Ich erwiderte, im Augenblick sei mir kein Gegner bekannt und zu irgendwelchem strategischen Vorgehen bestehe wohl kaum ein Anlass. Darauf erzählte er einiges Anekdotische über die vergeblichen Versuche der Machthaber, ihn zu fassen. Aber der Kaplan war schneller. Nach gut einer Viertelstunde wurde ich mit leicht distanzierter Verbindlichkeit verabschiedet. Natürlich hatte ich während dieser Monate in den vollen Arbeitstag lang Dienst zu tun. Manchmal war ich eine ganze Woche zu Eignungsuntersuchungen unterwegs, übrigens auch in Bigge. Und rückblickend frage ich mich, was mir eigentlich an Zeit verblieben sein kann für die Vorbereitung auf das einigermaßen anspruchsvolle Unternehmen der Habilitation. Überdies waren im Spätjahr 1945 noch einige andere unvorhergesehene Entscheidungen zu treffen, die bis heute für mein Leben bestimmend geblieben sind. So kam im November aus Düsseldorf von der Dienststelle des Oberpräsidenten der Nordrhein-Provinz unvermittelt die Anfrage, ob ich an der neu zu gründenden Pädagogischen Akademie Essen die Stelle des Philosophie-Dozenten übernehmen wolle. Genau besehen war es trotz Aktenzeichen und offiziellem Briefkopf weniger ein amtliches Schreiben als eine sehr persönliche, fast werbende Einladung. Sie war unterzeichnet von Professor Josef Anz, einem alten Bekannten aus der Arbeit des Dortmunder Instituts. Wir nannten ihn Vater Anz. In der Erwachsenen- und Lehrerbildung groß geworden, hatte er nun für den provisorisch neu abgesteckten Verwaltungsbezirk Nordrhein-Provinz den Auftrag bekommen, die pädagogischen Akademien wieder aufzubauen. Ich hatte allerdings wenig Lust, das eben wieder in Besitz genommene Haus im Garten aufzugeben und in das Trümmerfeld Essen überzusiedeln. Immerhin, das Angebot war an sich verlockend, und ich schickte, ohne eine endgültige Zusage zu geben, Lebenslauf, Schriften, Verzeichnis und vor allem den ominösen politischen Fragebogen der Besatzungsmacht nach Düsseldorf. Zugleich aber erkundigte ich mich, den Brief aus Düsseldorf in der Tasche, nach den Aussichten einer pädagogischen Akademie in Münster, im alten Oberpräsidium am Schlossplatz residierte, als der von der Militärregierung so betitelte Generalreferent für Kultus, der aus der Zwangspensionierung zurückgeholte Schulrat Johannes Brockmann, bis 1933 Zentrumspolitiker und nun bald glückloser Wiederbegründer an dieser gleichen Partei. Er war sogleich äußerst angetan und bot mir auf der Stelle sogar die Leitung der für Münster tatsächlich vorgesehenen Akademie an. Vertragterweise aber hatte der regionale Besatzungsoffizier offenbar aus Angst vor dem berüchtigten deutschen Zentralismus die formelle Zuständigkeit für die Lehrerbildung auf die drei westfälischen Regierungsbezirke aufgeteilt. Ich hatte mich also an den münsterischen Regierungspräsidenten zu wenden, dessen vorläufiger Amtssitz sich jedoch keineswegs in Münster, sondern noch in Warendorf befand. Brockmanns kräftig bekundete Zuversicht, es werde da nicht die geringsten Schwierigkeiten geben, erwies sich schnell als falsch. Nicht nur gab es keine Spur irgendeines besonderen Interesses für meine Person, ich schien geradezu unerwünscht zu sein. Die Berufung nach Essen machte offenbar nicht den geringsten Eindruck. Verärgert schaltete der Generalreferent sich ein, was aber die Sache anscheinend eher verschlimmerte. Und als es darüber Weihnachten wurde und sich in Münster noch immer nichts tat, musste ich, wohl oder übel, die Essener Chance ergreifen. Ich kündigte also bei der Provinzialverwaltung zum 31. Januar 1946 meinen Vertrag. Unmittelbar danach, am 1. Februar, sollten in Essen die Vorlesungen beginnen. Am Tag vor dem Dreikönigsfest 1946 fuhr ich nach Düsseldorf, um dort alles endgültig festzulegen. Professor Anz war hoch erfreut und erwies sich als sehr großzügig. Doch bei der Rückkehr fand ich am gleichen Abend zu Hause einen Brief von Brockmann vor. Ab sofort habe er selber die Zuständigkeit für die Lehrerbildung in Westfalen übernommen. Der Weg sei also nun frei, aber jetzt war es zu spät. Glücklicherweise, wie sich noch zeigen sollte. 14 Tage danach fand endlich auch das Habilitationskolloquium statt. Doch gab es knapp eine Woche vor dem Termin noch einen überraschenden Zwischenfall, der mich fast aus der Bahn geworfen hätte. Gerhard Krüger schrieb mir einen acht Seiten langen, sehr persönlichen und geradezu freundschaftlichen Brief, worin er mir seine Bedenken darlegte. Die Bedenken gegen meinen Eintritt in die Universitätslaufbahn überhaupt. Das Schlimme war, dass der Brief gewisse eigene Zweifel bestätigte und auch erst richtig weckte. Ein Glück, sage ich heute, dass ich mich dann doch nicht darum gekümmert habe. Krügers Brief begann damit, was mir so gleich verdächtig war, meine schriftstellerischen Qualitäten zu rühmen, die Fähigkeit, verschollene Gedanken zu vergegenwärtigen und meine philosophische Gesinnung. Aber dann kam die Rede auf das vom Universitätslehrer zu fordernde wissenschaftliche Handwerk und die gelehrte Forschung. Beides sei offenbar weit weniger meine Sache. Warum also dann meinen akademischen Ehrgeiz darauf richten? Er nannte dann, ob als Vorbilder oder warnende Beispiele, das war mir nicht ganz klar, bedeutende philosophische Outsider wie Theodor Hecker und Romano Guadini. Ich aber fühlte mich völlig missverstanden. Mit jenem akademisch-fachlichen Ehrgeiz hatte ich wirklich nicht das Mindeste im Sinn. Damals allerdings war es mir noch nicht hinreichend deutlich, wie wenig hier meine persönliche Problematik zur Rede stand oder doch nicht sie allein, sondern eigentlich die Position der Philosophie innerhalb des Wissenschaftsbetriebs der Universität überhaupt. Forschung im philosophischen Bereich läuft doch schließlich auf Geistesgeschichte hinaus, im Grunde auf Historie also und damit auf jene Bemühung zu erfahren, was andere gedacht haben, von welcher Thomas sagt, sie habe mit dem wahren Sinn des Philosophierens gerade nichts zu tun. Ich hatte diesen seinen Satz, dessen Pikanterie übrigens darin liegt, dass er ausgerechnet in einem Kommentar zu Aristoteles steht, schon 1940 meinem Essay über Thomas von Aquin vorangestellt. Zwar habe ich mir immer einen tiefen und dankbaren Respekt bewahrt vor dem stets präsenten Einzelwissen und der gelehrten Mühsal des Fachmanns, der über eine in seinem Revier vollständige Kenntnis auch des jeweils neuesten Schrifttums verfügt. Aber Philosophie stand für mich seit je unter einem anderen Zeichen. Und als philosophischer Lehrer im Raum der Universität mein Wort sagen zu können, darum war es mir jetzt zu tun. Dass ich dabei dem Bilde des Gelehrten und auch des Universitätsprofessors nicht völlig und vielleicht überhaupt nicht entsprechen würde, war mir durchaus bewusst. Doch nahm ich das, wenngleich immer wieder einmal leicht aufgestörten Gewissens in Kauf. Tatsächlich ist dies durch das erste Jahrzehnt nach der Habilitation ständig mein Problem geblieben. Wie kann ich, ohne zum Professor zu werden, dennoch legitimerweise Universitätslehrer sein? Und auch später als Ordinarius habe ich mich zum Beispiel nicht ein einziges Mal darauf eingelassen, eine Doktorpromotion zu betreuen, wie ich auch niemals Direktor eines Seminars oder gar eines Instituts gewesen bin. Aber zu jenem höchst kritischen Zeitpunkt, da ich überlastet durch vielerlei Beanspruchungen Gerd Krügers Brief zu lesen bekam, lagen solche Entwicklungen und besonders einige, gar nicht erwartbare, hilfreiche Glücksfälle allesamt noch in der Zukunft. Für den Augenblick jedenfalls war ich tief betroffen und sogar ein wenig verstört. Wie gesagt, fast hätte ich resigniert. Der Theologe Josef Pascher, mit dem ich einigermaßen ratlos meine Sorgen besprach, empfahl mir ungerührt, mich selbst zu prüfen und dann genau das zu tun, was ich als richtig erkannt hätte. Ein langes Gespräch mit Krüger, von beiden Seiten resolut und ohne Zimperlichkeit geführt, brachte die Sache dann ins Reine. Er gab mir sogleich zu, es sei in der Tat unmöglich, seine Bedenken erst jetzt zu äußern, während der bereits in Gang gesetzten Prozedur. Und nun solle die Sache also in Gottes Namen ihren Lauf nehmen. Kolloquium war natürlich nur eine diskretere Bezeichnung für eine Art Examen und es ging sogar die Rede, dass einzelne Professoren dabei als Prüfer zu fürchten seien. Tatsächlich hat Heinrich Scholz, der Logistiker, es nicht unterlassen, mir die dann klassisch gewordene Prüfungsfrage vorzulegen, wann der Satz »Es gibt Marsmenschen« wahr sei. Heinrich Scholz war übrigens eine der merkwürdigsten Figuren, die mir an der Universität begegnet sind. Zur Zeit meiner Habilitation verfolgt er besonders entschieden die Loslösung der Naturwissenschaften aus der damals noch einheitlichen philosophisch-naturwissenschaftlichen Fakultät. Vor allem wollte er selbst, wie es dann auch kurze Zeit später geschah, mit seiner mathematischen Grundlagenforschung auf die Seite der exakten Wissenschaften übersiedeln. Er pflegte sogar zu sagen, er schäme sich, ein Philosophie-Professor genannt zu werden. Ursprünglich evangelischer Theologe, bei Adolf von Harnack habilitiert, war er, stets befeuert vom Ideal der möglichst exakten Aussageform, zur philosophischen Fakultät übergetreten, um sie dann später, aus genau dem gleichen Impuls, wieder zu verlassen, sozusagen durch die seinem Eintritt diametral gegenüberliegende Tür. Allerdings wurden seine Aussagen, je konsequenter er sie formalisierte, notwendig immer ärmer an Inhalt. Und da Heinrich Scholz zugleich eine, außer vom Religiösen, stark durch das Musische geprägte Persönlichkeit blieb, geriet ihm dies alles nur um den Preis einer etwas verkrampften Skurrilität, die bis in die Redeweise und Gestik reichte. Sein oftmals beschworenes Bild vom Philosophen im Arbeitskittel war eine im Grunde romantische Vorstellung und das programmatisch verbande Gefühl schlüpfte ihm durch die Hinterpforte seiner zahlreichen Aphorismen, oft genug zur Sentimentalität entartet, wieder hinein. Übrigens verstand Scholz seine Jagd nach der vollkommenen Präzision, die eigentlich in jeder denkbaren Welt sollte Gültigkeit beanspruchen können, immer als eine durchaus theologische Angelegenheit, wie er selbst es in einem Aufsatz zu Guadinis 50. Geburtstag formuliert hat. Und die rätselhafte Äußerung, die er am Grabe seiner ersten Frau gegenüber dem Freunde Eduard Spranger tat, ist mir immer tief bedenkenswert erschienen. Spranger hat sie in einem Briefe festgehalten, der bei der Gedächtnisfeier für Heinrich Scholz in der Universitätsaula verlesen wurde. Du verstehst, ich kann die inhaltlichen Dinge nun nicht mehr treiben. Die fast neuralgische Empfindlichkeit gegen Leute, denen gerade das Inhaltliche wichtig war, konnte sich allerdings in ungewöhnlich scharfen Attacken entladen. Dem überaus verletzlichen Peter Wust zum Beispiel hat er damit das Leben sehr schwer gemacht, was Scholz wiederum nicht gehindert hat, dem 1940 verstorbenen Kollegen einen äußerst noblen Nachruf zu schreiben. Für meinen Kolloquiumsvortrag war durch die Fakultät das Thema Heideggers Wahrheitsbegriff ausgewählt worden. Ich hatte es zwar selber vorgeschlagen, natürlich, aber es war mir von Anfang an nicht ganz wohl dabei. Und es ist mir nie in den Sinn gekommen, diesen Text etwa zu veröffentlichen. Nicht nur war ich nicht sicher, das von Heidegger Gemeinde wirklich zu fassen, das Wesen der Wahrheit ist die Freiheit. Was ist das für eine Definition, in der das Definierende noch weniger bekannt und deutlich ist, als das, was definiert werden soll? Vielmehr begann schon damals meine anfängliche Faszination, einem tiefen Misstrauen zu weichen. Ich konnte vor allem der Sprache dieses Autors einfach nicht trauen und auch also ihm selber nicht. I just don't trust him. Das habe ich später manches Mal amerikanischen Freunden zur Antwort gegeben, wenn sie mir absolut eine Stellungnahme zu Heidegger abfordern wollten. Das im Januar 1946 glücklich absolvierte Kolloquium brachte mir übrigens nicht schon die Lehrbefugnis ein. Die bekam man erst nach der öffentlichen Antrittsvorlesung zugesprochen. Dazu hinwiderum bedurfte es in jenen Tagen der Genehmigung durch die Engländer. Die aber ließen sich Zeit bis weit ins Sommersemester hinein, fast noch einmal ein halbes Jahr. Im Grunde kam mir diese Wartezeit aller zornigen Ungeduld zum Trotz durchaus zu statten. Ich brauchte sie geradezu. Man konnte sich damals keineswegs einfach an den Schreibtisch schätzen und arbeiten. Was zum Beispiel meinen Schreibtisch betraf, so hatte ich ihn mir aus den Bruchstücken unseres Reaktionszeit-Prüfgeräts im Oktober 1944 aus den Trümmern geklaubt, selbst gezimmert und er stand den Winter 1945-46 über in unserer Küche, dem einzigen heizbaren Raum des Hauses, worin wir zu insgesamt sieben Personen hausten. Der Herd verschlang unendliche Mengen von Holz, das alle paar Tage herbeizuschaffen war, aus dem Schutthaufen irgendeines zerstörten Hauses, für dessen Ergiebigkeit man rasch einen Blick bekam. Da unser Kinderleiterwagen, hierzulande Bollerwagen genannt, auf einem Rade lahmte, mussten wir ihn mehr schieben und schleifen, als das er rollte. Und ich kann mir die elende Plackerei dieser Transporte, bei denen mir trotz der winterlichen Kälte der Schweiß die erschöpften Kniekehlen hinabran, noch heute mühelos in die Erinnerung rufen. Glücklicherweise besaßen wir eine Säge, um die Balken auf die herdgerechte Größe zu bringen. Meine Frau fuhr ganze Nachmittage zu Rat mit Nägern und Zigaretten, mit meinen Offiziersstiefeln, mit einer Armbanduhr und anderen Kostbarkeiten über Land, um bei den Bauern ein Stück Speck, ein Pfund Butter, Eier und Milch einzuhandeln. Ein Gutteil des wachen Tages also wurde solchermaßen allein durch die Besorgung der nackten Lebensnotdurft aufgezehrt. Zugleich aber hatte ich eben meine Vorlesungen und Seminare vorzubereiten, zu denen ich seit dem 1. Februar 1946 allwöchentlich für zwei Tage nach Essen fuhr. In der ersten Zeit war schon die Reise dorthin ein Abenteuer für sich. Da ich Bücher, Manuskripte und was ich sonst brauchte in meinen Luftwaffenrucksack packte, hatte ich immerhin meine beiden Hände frei, um mich auf der offenen Plattform der stets überfüllten Eisenbahnwagen festzuhalten. Ein Nachtquartier war bald gefunden. Aus einer winzigen, eisig-kalten Mansarde stieg ich zum Waschen allmorgendlich zwei Stockwerke hinab ins kleinbürgerliche Familienbadezimmer. Die pädagogische Akademie hatte man in einem ziemlich trostlosen und viel zu engen Schulbau des Arbeitervororts Kupferdreh untergebracht. Es gab nur einen einzigen Hörsaal, sodass ein Teil der Vorlesungen in einem für den Vormittag gemieteten Kino stattfinden musste. Der Luftschutzbunker tief unter dem Schulhof war unsere Mensa. Mittags defilierte eine lange Schlange von Studenten und Dozenten an dem riesigen Bottich vorbei, aus dem man seinen Teller gefüllt bekam. Ein armseliger Bücherbestand nannte sich Bibliothek. Keiner der Dozenten verfügte über einen eigenen Arbeitsraum und die Studenten wussten kaum, wo sie in den Pausen und der vorlesungsfreien Zeit bleiben sollten. Im Sommer hockten sie draußen auf der Schulhofmauer. Es war also offenbar nicht der äußere Komfort, der die ersten Nachkriegsjahre dennoch zu einer unvergleichlich glücklichen Zeit intensiven Lernens und Lehrens gemacht hat. Eine so vehemente geistige Neugier, wie sie diese Studentengeneration auszeichnete, die sich da, in ihren auf Befehl der Besatzungsmacht unansehnlich umgefärbten Militäruniformen in die Vorlesungen und Seminare drängte, ist mir jedenfalls später niemals mehr begegnet. Freilich stand unser Start in Essen unter einem besonders glücklichen Stern. Erstens konnten wir uns aus zehn studentischen Bewerbern die drei Besten aussuchen. Für mehr war zunächst schlechterdings kein Platz. Vor allem aber war die Atmosphäre des Hauses von Anfang an dadurch bestimmt, dass die Lehrenden im Menschlichen wie im Prinzipiellen unerwartbar gut zueinander passten. Dass dies durch mehr als ein Jahrzehnt so blieb und zur Wirkung kam, war klarerweise das Verdienst von Helene Helming, die vom Gründungstage an mit der Leitung der Akademie beauftragt war. Früh mit der katholischen Jugendbewegung verbunden, hatte sie in den 20er Jahren zusammen mit Romano Guardini die Zeitschrift »Die Schildgenossen« herausgegeben. Und obwohl für lange Zeit aus dem Beruf gedrängt, war sie vom Fach vor allem durch ihre Arbeit über Maria Montessori international bekannt. Und wenn bei Dozenten wie Studenten der Stil des mitmenschlichen Umgangs ein wenig jener heiteren Ehrerbietung entsprach, die Goethe gepriesen hat, dann war dies zweifellos der persönlichen Überlegenheit und der ausgleichenden Kraft dieser Frau zu danken. In meinen Vorlesungen und Seminaren lebte ich natürlich zunächst von der Hand in den Mund. Doch hat, wenn die Lebenswende schon überschritten ist, solcher elementaren Neubeginn auch sein Gutes? Für das Seminar über Platons Symposium zum Beispiel kam mir der simple Einfall, anhand von Otto Apels Platon-Index festzustellen, in welchen Dialogen die jeweils auftretenden Personen sonst noch vorkommen und was sie dort sagen, wodurch sich dann einzelne Figuren, etwa die Deskriton, zu unvermutet konkreter Lebendigkeit rundeten. Als ich später Guadini beiläufig von dieser Methode berichtete, schlug er sich vor die Stirn. Auf die Idee hätte eigentlich ich kommen müssen. Die weitaus schönste und auch fruchtbarste meiner Unternehmungen war ein Abendkolloquium, dessen Thema anspruchsvoll formuliert als philosophische Poetik hätte umschrieben werden können. Die Studenten sprachen einfach vom Dichterabend. Es begann völlig absichtslos damit, dass einer Studentin von ihren Wirtsleuten an einem Abend in der Woche das geheizte Wohnzimmer zur Verfügung gestellt wurde, für ein geselliges Treffen von fünf, sechs Freunden. Bald schon wurde auch ich eingeladen. Zu diesem Anlass hatte man sogar aus den von jedermann mitgebrachten Gaben ein richtiges Festmahl auf den Tisch gezaubert. Es fehlte nicht einmal eine Flasche Wein. Ich hatte ein paar Zeitschriften und Gedichtbücher bei mir, in denen zum ersten Mal Namen wie T.S. Elliot, Thornton Wilder, Jean-Paul Sartre auftauchten. Wir kamen ins Vorlesen und Interpretieren und unversehen zwar im genauen Anschluss an das dichterische Wort von Gott und der Welt die Rede. Nach drei, vier Wochen war dieses Kolloquium schon zur Institution geworden. Und natürlich konnte unser Treiben nicht verborgen bleiben. So wurde eines Tages mit freundlich kritischem Nachdruck gefragt, ob die Gesprächsrunde nicht zu einer jedermann zugänglichen Einrichtung erweitert werden könne. Mir war einerseits dies breite Interesse am Philosophieren sehr willkommen, andererseits konnte, so jedenfalls fürchtete ich, der persönlichere Gesprächsstil nicht bewahrt werden. Und als ich plötzlich in einen Kreis von mehr als hundert Teilnehmern trat, packte mich der blanke Schreck. Aber eines Augenblicks überraschend schnell war dann doch die ungezwungene Leichtigkeit der hin- und hergehenden Rede wiederhergestellt. Und an der deutenden und wertenden Besprechung einzelner Gedichte entzündeten sich wieder die prinzipielleren Fragen nach dem Ort von Dichtung und musischer Kunst überhaupt im Ganzen des Daseins. Meine Aufforderung, nur ja nicht das, was einer spontan mag und schön findet, um des gerade modisch geltenden Willen preiszugeben, sondern im Gegenteil auch einmal den Mut zum Kitsch zu haben, führte dazu, dass mir einem eigenen auf den Tisch gelegt wurde. Ich las es vor und im Nu war die lebhafteste Diskussion im Gange. Ganze Abende wurden auch durch Lesung eines einzigen Werkes gefüllt. Elliotts Mord im Dom, Sartres Fliegen, Weil das kleine Stadt, einzelne Kapitel aus Thomas Manns Dr. Faustus Roman. Aber immer neu gerieten wir ins eigentliche Philosophieren und allen trat, weit entfernt vom Pathos der fachlichen Terminologie, die Unergründlichkeit der Welt vor den Blick. Oft genug wurden an hellen Sommerabenden die Gespräche auf den Uferwegen des Baldener Sees von den Studenten dann Segeneseret genannt, so lange fortgesetzt, bis wir, wenn die Sirenen die mitternächtliche Sperrstunde anzeigten, im Sturmschritt nach Hause laufen mussten. Ich bin ziemlich sicher, dass an diesen durch viele Jahre durchgehaltenen Dichterabenden mehr philosophische Gesinnung geweckt worden ist, als in den ausdrücklich als philosophisch deklarierten Vorlesungen und Seminaren. In Münster hatte inzwischen der britische Universitätsoffizier die Genehmigung für meine öffentliche Antrittsvorlesung erteilt, die nun endlich am 5. Juli 1946 stattfand, im Auditorium der Medizinischen Klinik, dem einzigen unzerstört gebliebenen großen Universitätshörsaal, worin ich auch für die nächsten Jahre meine Vorlesungen halten sollte. Das von der Fakultät gewünschte Thema lautete philosophische Bildung und geistige Arbeit. Mit der Formulierung wollte ich diese beiden durchweg als fast synonym, jedenfalls als miteinander wohlverträglich verstandenen Begriffsbilder, einander ausdrücklich entgegensetzen. Es war mir darum zu tun, das kontemplative Element im Philosophieren deutlich zu machen und den alten Begriff der Muße, Skolle, mit neuen Argumenten zurückzugewinnen, gegen die Überwertung sowohl der rational-diskursiven Aktivität wie der rein sozial verstandenen Funktion des Denkens. Und ich fand es ganz in der Ordnung, dass Heinrich Scholz, wie ich später von Krüger erfuhr, nur mit kopfschüttelnder Verwunderung den starken Beifall der Hörer zur Kenntnis nehmen wollte. Übrigens war der Dekan nur durch meinen hartnäckigen Widerstand davon abzubringen, dass ich zu dieser ersten Antrittsvorlesung der Nachkriegszeit im Frack erscheinen solle. Er war sogar, da ich selbst niemals ein solches Kostüm besessen habe, gewillt, mir seinen eigenen zu leihen. Überhaupt sollte es möglichst formell und feierlich zugehen. So wurde ich mehrmals darauf hingewiesen, in der Begrüßungsformel ihn selbst als Spektabilität anzureden, mit einem Titel also, der im Verkehr mit dem Fakultätsdekan schon zur Zeit meiner Doktorpromotion fast ganz außer Gebrauch gekommen war. Dennoch handelte es sich hier nicht etwa um persönliche Eitelkeit, sondern um die an sich sehr begreifliche und damals von nicht wenigen geteilte Überzeugung, man müsse nach diesen zwölf Jahren barbarischer Formlosigkeit das überkommene akademische Ritual wieder zur Geltung bringen. Mir freilich leuchtete das alles nicht recht ein und ich habe mich auch später nur äußerst selten entschließen können, an akademischen Festakten teilzunehmen, zu denen der Lehrkörper im Talar erschien. Heute zweifelt wohl niemand mehr daran, dass es besser gewesen wäre, gleich nach dem Kriege moderne Reformen des akademischen Lebens zu finden, als dann, gut 20 Jahre später oder zu spät, die neu hervorgeholten alten Requisiten dennoch, aber nun unter dem Druck rüder Studentenproteste sang- und klanglos verschwinden lassen zu müssen. Doch hatte ich damals, vor dem Beginn des ersten Semesters, als Universitätslehrer natürlich sorgend von ganz anderer Art. Ich war inzwischen 42 Jahre alt geworden und ich hatte das Gefühl, der äußerste biografische Zeitpunkt sei erreicht, wahrscheinlich hätte ich schon ein einziges Jahr später die Strapaze der Habilitation nicht mehr auf mich genommen. Aber was eigentlich sollte ich, nachdem ich nun glücklich die Venia Legendi besaß, was sollte ich vom Katheder her dem Auditorium mitteilen? Mehr oder weniger vage hatte ich mir vorgestellt, ich würde wohl entsprechend meinem bisherigen Studiengang so etwas wie eine durch Phänomenologie und Existenzialismus ein wenig aufgelockerte Neuscholastik vertreten. Aber genau das habe ich dann tatsächlich niemals getan. Angesichts der großen teils aus Krieg und Gefangenschaft zurückgekehrten Studentenschaft, die ich ja schon in Essen kennengelernt hatte, wollte es mir einfach nicht in den Sinn, eine abstrakt systematische Vorlesung etwa über Erkenntnistheorie anzukündigen. Musste nicht inmitten dieser Trümmerlandschaft zunächst einmal auch für mich selber neu geklärt werden, was dies ganze Geschäft des Philosophierens bedeute und was Philosophieren überhaupt solle, was heißt Philosophieren? Unter diesem Titel also gedachte ich meine erste Universitätsvorlesung anzukündigen. Gerhard Krüger jedoch vermisste in dieser, wie er sagte, allzu ungewöhnlichen Formulierung die gebührende akademische Diskretion und so bequemte ich mich denn nicht sonderlich begeistert zu dem herkömmlichen Titel Einführung in die Philosophie. Die Studenten allerdings ließen sich durch die traditionelle Formulierung offenbar nicht abschrecken. Obwohl man mir natürlich überdies als dem jüngsten Privatdozenten die am wenigsten begehrte Zeit zugewiesen hatte, nämlich den späten Samstag Vormittag, kamen sie in solchen Scharen, dass ich trotz des großen Hörsaales mit seinen etwa 400 Sitzplätzen vom Beginn des Jahres 1947 an, mitten im ersten Semester, die Hörerschaft halbieren und jede Vorlesung doppelt halten musste, von zehn bis elf und dann dasselbe noch einmal von elf bis zwölf. Das Gleiche wiederholte sich dann in den folgenden Jahren. Übrigens erwies sich der Samstag Vormittag gar nicht allzu ungünstig, wie man zunächst hätte vermuten sollen. Die Naturwissenschaftler zum Beispiel und die Mediziner konnten an einem anderen Tag überhaupt nicht kommen. So behielt ich diesen Termin auch später, nachdem sich schon längst so etwas wie eine Fünf-Tage-Woche einzuspielen begonnen hatte, bei durch mehr als 25 Jahre. Noch in einem anderen Punkt stieß ich bei Krüger, der sich übrigens sogleich nach meiner Habilitation zur Übersiedlung an die Universität Tübingen rüstete, auf ausdrückliche Missbilligung, doch kam sie glücklicherweise diesmal zu spät. So gleich nach meiner Antrittsvorlesung wurde ich durch ein offizielles Schreiben in das wissenschaftliche Prüfungsamt berufen, worauf ich in aller Unschuld postwendend antwortete, ich sei allzu sehr durch meine hauptamtliche Tätigkeit in Essen gebunden und man möge mich von der mir zugedachten Aufgabe freundlichst dispensieren. Diese schnelle Berufung, so meinte Krüger, sei doch offenbar als Ehrung gedacht gewesen und ich habe mich also einer groben Unhöflichkeit schuldig gemacht. Vielleicht hatte er Recht, die Berufung wurde jedenfalls niemals wiederholt. Aber wie wohl dreschenleere Strohs mir dieser Fauxpas, wenn es einer war an der folgenden Zeit massenhafter Pflichtprüfungen im Fach Philosophie erspart und wie viele rein an der Sache interessierte Studenten er mir zugeführt hat, das konnte in jenem Sommer 1946 noch niemand ahnen. Eines Abends, als ich todmüde von Essen heimkehrte, erwartete mich die Kunde, eine Kommission britischer Militärs habe das Haus besichtigt, die noch immer neben dem Gartentor wohl konservierte Erklärung hatte sie nicht davon abgehalten. Immerhin hatte ich nunmehr Zutritt zum Universitätsoffizier, der im früheren Gebäude des Generalkommandos residierte. So wanderte ich also eines Tages unversehens durch die mir wohlbekannten Korridore, die noch den gleichen Geruch ausströmten wie ehedem. Ich versuchte dem jungen Intellektuellen in Uniform klarzumachen, dass eine nicht zugängliche oder in Kisten verpackte Bibliothek dasselbe sei wie keine Bibliothek. Aber anscheinend hielt er meine Erklärung von 3.000 bis 4.000 Bänden für mindestens stark übertrieben und mit einer so schien mir etwas provokativen Bereitwilligkeit sprang er auf, um sogleich diese in sehr interessierender Privatbücherei anzusehen. Sichtlich überrascht fand er dann meine Angaben bestätigt, eher noch untertrieben. Vor allem aber begriff er, dass eine Evakuierung für mich tatsächlich den Verlust der eben erst geschaffenen Arbeitsmöglichkeit bedeuten würde. Beim Abschied versprach er sein Bestes zu tun. Tatsächlich sind wir von da an unbehelligt geblieben.